Freundliches Robert Götz, Matuschewski, euer heißer Draht in den Bundestag. Heute nur ein ganz kurzer Videogruß. Ich habe ein über 30 Minuten Video auf YouTube produziert. Und ja, der Laptop, mit dem ich immer meine YouTube-Videos hochlade, macht gerade Software-Update und ist bei 21% seit einer Stunde hängen geblieben. Also ich weiß nicht, ob das heute noch fertig wird. Deswegen mache ich das jetzt mit Smartphone. Ist auch nicht schlecht. Muss ich alles aus dem Kopf machen, weil ich lese ja meine Nachrichten aus dem Smartphone ab. Ja, da ich aber aus dem Smartphone nicht ablesen kann, weil ich ja Video drehe, muss ich jetzt aus dem Kopf machen. Aber Nachrichtenlage ist sehr üppig gewesen heute. Deswegen auf YouTube 30 Minuten. Wenn ihr noch nie bei YouTube wart, ist nicht so schwer. Hier ist ein Link unter dem Video. Da geht ihr hin auf YouTube und dann könnt ihr euch das Ding auf YouTube angucken. Es lohnt sich, Freunde. Es lohnt sich. Bei YouTube bin ich Mensch. Da kann ich sein. Ich möchte aber jetzt mal Danke sagen, dass ihr überhaupt immer so Anteil nehmt und hier zuschaut. Danke dafür. Wir wachsen ja stetig weiter auf YouTube. Wir wachsen auf allen Kanälen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Apropos wachsen. Am Wochenende werde ich auch wachsen. Und zwar wachse ich nach Frankfurt-Oder. Ich bin am Samstag, dem 25. um 11 Uhr am Rathaus für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Und danach um 14 Uhr am Reichstag in Berlin für Frieden, Freiheit, Liebe gegen Krieg. Heute werde ich kontrollieren, Observerien, überwachen. Der digitale Chronist schnappt sich den Bruno Peete, meinen Hausmeister. Der weiß davon noch nichts. Und macht mit ihm eine Stadtrundfahrt. Ja, und das seht ihr auf den Kanälen vom digitalen Chronisten. Aber wenn ihr Bruno jetzt trefft, nicht Bescheid geben. Das soll eine Überraschung werden. Ich grüße euch übrigens von Bruno. Ich grüße euch von Kevin, meiner Buchhaltungsschwuppe. Das ist hier der Arbeitsplatz hier. Und ich grüße euch natürlich von Jerome Schmidtschmidt, meinem Schwager, und meiner lieben Frau Martina. Und jetzt geht's los. Eine SPD-Politikerin hat einen Bauauftrag, ein Bauprojekt unterzeichnet. Hat gesagt, das bauen wir. Und dann hat sich überlegt, Ausschreibung, Ausschreibung, das sind so Worte. Wir ziehen das Ding einfach mal familiär durch. Und hat den Auftrag direkt an ihren Ehemann weitergeleitet. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Der baut das jetzt. Schmutzig genug sind die Hände. Ja, Freunde, das passt. Das gefällt mir gut. Dann hat eine Bundessprecherin Pressekonferenz. Die hat's geschafft, in 50 Sekunden, 50 Sekunden. Zehnmal zu sagen. Und zwar hat ein Journalist gefragt. Hier, wie sieht's denn aus mit, oder war es eine Journalistin? Egal. Wie sieht's aus mit Impfnebenwirkung? Wer kommt dafür auf? Und es gab natürlich keine Antwort, weil sie musste ja in 50 Sekunden zehnmal sagen. Ja. Böse zu sagen, sie hat wahrscheinlich auch eine Spritznebenwirkung, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. In Berlin hat der Tagesspiegel unlängst berichtet, und darüber habe ich berichtet, dass immer mehr Menschen Angst haben, nachts vor die Tür zu gehen. Nein. Es wurde gesagt, Personen nicht männlich. Also nicht männliche Personen. Also in Berlin haben nicht männliche Personen nachts Angst, auf die Straße zu gehen. Dabei wurde Berlin in letzter Zeit immer sicherer. Ja. Der Redakteur vom Tagesspiegel, ja, der meinte wahrscheinlich in letzter Zeit die letzten fünf Minuten, wo er gerade einen Kaffee getrunken hat. Ähm, ja. Leider hatten wir eine Vierjährige, die in Berlin niedergestochen und umgebracht wurde. Der Täter war ein Deutscher, also er hatte einen deutschen Pass. Und das war ein Einzelfall in Berlin, wo nicht männliche Personen überhaupt gar keine Angst haben müssen, nachts auf die Straße zu gehen. Böse Zungen sagen, was? Wie viel? Wie oft? In welcher Menge muss eigentlich noch passieren, bis die breite Masse aus ihrer Hypnose erwacht und erkennt, auch wenn es mich persönlich jetzt gerade im Moment nicht betrifft, könnte es mich morgen betreffen. Und selbst wenn es mich nie betrifft, betrifft es mich, weil es meine Mitmenschen sind, die hier niedergemetzelt werden, Freunde. Böse Zungen sind nicht meine Worte. Es waren alles Einzelfälle oder Zweinzelfälle, Dreinzelfälle und so weiter Fälle. Unser aller Beileid an die Angehörigen. Joe Biden war in der Ukraine und ist danach gleich rüberflugs nach Polen, Nachbarland, ja, hat er eine Rede gehalten und hat danach vergessen, sein Mikro abzuschalten, als er seinen Lakaien gefragt hat. Und meinst du, dass die mir den Scheiß geglaubt haben? Und der Lakaien meinte, klar. Und daraufhin sagte Joe Biden, ja, die kaufen mir alles ab. Freunde, auch das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Alles russische Propaganda, Fake News. Alles Fake News, Freunde. Ja, und bei NTV hat die Rede von Putin 1400 Likes knapp gehabt und 309 Dislikes. Aber auch das waren alles putinsche Trolle. Wir wissen ja, dass der Russe überall seine Finger im Spiel hat. Überall. Ja, dann gibt es angeblich eine Veröffentlichung aus Israel über FISA-Dokumente, die belegen, kann ich hier nicht sagen. Hört es euch bei YouTube an. Manche Sachen kann man auf YouTube nicht sagen, obwohl YouTube ja eigentlich die zensurfreiste Plattform der Welt ist. So, nach der Landtagswahl in Berlin, wo es einige Unstimmigkeiten gab, es kommen jeden Tag mehr raus. Aber wir bleiben bei der Wahl. Das Ergebnis nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Punkt. Nach der Landtagswahl direkt am nächsten Tag standen plötzlich flächendeckend überall Plakate, professionell gemacht. Ja, wir müssen der Politik Grenzen setzen. Ja, hier, hier. Ziele geben. Ziele geben. Wir müssen ihr Ziele geben. Freunde, es stimmt mit Ja für ein CO2-neutrales Berlin 2030, also in gut sechs Jahren. Und da sollen wir alle hingehen und mit Ja stimmen. Böse Zungen sagen, wer wirklich was noch im Kopf hat und Hirn hat und ein bisschen Arsch in der Hose, stimmt auf jeden Fall mit Nein. Weil CO2-neutral bedeutet, dass wir ab 2030 nicht mehr Auto fahren dürfen, nicht mehr Taxi fahren dürfen, nicht mehr U-Bahn fahren dürfen, nicht mehr U-Bahn fahren dürfen, nicht mehr S-Bahn, nicht mehr Straßenbahn, nicht mehr Bahn. Wir können gar nicht mehr machen, weil CO2-neutral bedeutet, wir produzieren kein CO2 mehr. Da der Mensch aber von sich aus schon mal 2,2 Tonnen CO2 im Monat ausatmet, wäre CO2-neutral, dass sich die Berliner alle umbringen. Und das geht ja nicht. Und wir wollen ja auch ein bisschen heizen und ein bisschen Warmwasser zum Duschen und vielleicht auch ganz gelegentlich ab und zu mal möglicherweise was essen, was warm ist. Und da das alles nicht funktioniert, können wir nicht CO2-neutral sein. Und da das Ganze sowieso von Non-Government-Organisationen finanziert wurde, die der Politik sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wissen wir, dass dahinter ganz andere Leute stecken und deshalb stimmen wir alle mit Nein. Aber das sind böse Zungen. Wir stimmen mit Ja. CO2 ist schlecht und wir sind gegen CO2. Ein Professor, ich glaube 37 Jahre alt, den Namen habe ich dann auch verkündet auf YouTube, hat gesagt, die Alten sind nutzlos und die müssen wir alle umbringen. Nein, hat er nicht gesagt. Der hat gesagt, wir haben hier eine Kapsel, da kann man sich reinlegen und dann schläft man ein und wacht nicht mehr auf. Und das wäre gut, weil die Alten sind sowieso, also ich meine, die Alten, die kosten doch nur Geld. Ich sage nur Rente. Ja, also, ja, und die ganzen Krankheitskosten, brauchen wir nicht. Ja, einer von World Economy vorhin. Guter Mann, ja. Freunde, da stimmt zwar alles, ist aber nicht richtig. So, dann hat der Herr Brandner, der wurde im Bundestag angeflommen von den Grünen und man hat gesagt, lassen Sie doch mal eine Frau zu Wort kommen. Und daraufhin sagte er, ich fühle mich heute als Frau. So, ich möchte mal ganz herzlichen Dank sagen an Irene Seidel. Ich möchte mich bei dir bedanken. Und Frank Herbert, danke von Herzen. Und Ulrike Krüger, ich möchte dir danken. Und ich möchte euch danken, dass ihr immer so treu guckt und schaut und dabei seid und Anteil nehmt. Ich grüße alle. Ich grüße alle, die immer schauen und gucken. Wie gesagt, heute nur ein kleines Video, weil ich habe nicht alles im Kopf. Es sind so viele Nachrichten. Ich kann mir das alles gar nicht merken. Alles gute Nachrichten. Es sind alles gute Nachrichten, hervorragende Nachrichten. Wirklich wahr. Schaut euch die gesamte Nachrichtensendung auf WirTube an. Danke, dass ihr diesmal dabei wart. Auch wenn es nur ganz kurz und klein war. Aber ich denke, so viele gute Nachrichten kann man auf einmal gar nicht verdauen. Ja, also bitte. Solltet ihr gerade nicht gut drauf sein oder krank sein? Wir möchten das nicht. Unsere große Gemeinde schickt euch jetzt gute Energie. Werdet schnell wieder gesund. Das gleiche gilt übrigens auch für eure lieben kleinen süßen Haustierchen. Gute Besserung an alle. Wir halten nämlich zusammen und wir bleiben standhaft optimistisch und immer voller Tatkraft. Und Freunde, es wird alles gut. Es ist alles gut. Wir müssen da bloß noch hin. Und das kriegen wir gemeinsam hin. Gemeinsam. Aber wie gesagt, dafür ist Zusammenhalt angesagt. The Shadow Man now leaves the video. Oh, das Ding hier. Das Bild hat ja gestern für Furore gesorgt. Einer schrieb, ja, der Mund und das Kinn, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, gut, okay. Ja, da habe ich halt ein komisches Gesicht gezogen, als ich Modell gestanden habe für das Gemälde. Nein, ich habe nicht Modell gestanden. Ich war gar nicht dabei. Ich wurde selber überrascht. Schön. Überrascht mich heute mit schönen Kommentaren. Mit einem kleinen Daumen hoch. Danke dafür. Obwohl, Daumen hoch ist eigentlich Vorherrschaft der weißen Rasse. Ist ja ein neues Symbol. Wer so macht, ist Rassist. Ja, ja, ja. Aber ich sage es immer wieder dazu. Nicht umsonst ist bei YouTube der Daumen schwarz. Und dann ist das wieder ausgeglichen. Es kann so einfach sein, Freunde, ja. Aber mit der SPD-Politik drin ist schön. Ja, hier, wir bauen hier. Ja. Mein Mann baut das. Macht euch keine Sorgen. Ausschreibung, das dauert nur. Das verzögert die Sache nur. Übrigens, die Geschichte da in Lörrach war das, glaube ich, wo die Wohnungsbaugesellschaft gekündigt hat, wo die Mieter jetzt alle raus müssen für Flüchtlinge, ist wieder ein bisschen anders die Geschichte. Ich muss mich da korrigieren. Und ich bin immer bereit und willens und in der Lage, mich zu korrigieren. Das stimmt zwar, ist aber so nicht ganz richtig, weil dieses Gebäude sollte sowieso abgerissen werden, weil es baufällig ist. Und jetzt sagen Bösezungen, ist ja merkwürdig. Warum wird so eine Pressemitteilung lanciert? Warum wird der Brief von dem Wohnungsamt, von der Wohnungsbaugesellschaft auch veröffentlicht, öffentlich gemacht? Soll das etwa dazu dienen, dass die freien Medien das kommunizieren und man uns lächerlich macht, um dann im Nachhinein sagen zu können, ha 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 ha, ja, sowas passiert bei uns nicht. Das Haus wäre sowieso abgerissen worden. Die kommen da nur für einige Tage und Wochen rein und danach wird abgerissen. So Freunde, auch das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. So also bei uns würde niemals ein Deutscher, ein Steuerzahler einfach aus seiner Wohnung geschmissen werden für Flüchtlinge. Gibt es bei uns nicht. Übrigens, Berlusconi hat gesagt, mit ihm hätte es keine Unterstützung für Selensky gegeben. Ich sage nur eins, Herr Berlusconi, gut, dass Sie nicht mehr am Ruder sind. Noch nicht, weil der kommt ja wahrscheinlich wieder. Da war ja so oft Präsident und wieder nicht Präsident, wieder Präsident, wieder nicht Präsident. Also in Italien, die haben ja alle, also die haben ja eigentlich einmal im Monat eine neue Regierung. Ja, also kann durchaus sein, dass der nochmal wiederkommt. Aber egal. Ja, ich grüße euch. Danke fürs Teilen, Abonnieren für euren Kommentar. Danke an meine Unterstützer für eure Unterstützung. Davon lebt mein Kanal. Paypal und Konto hängt hier drunter. Ich mache weiter. Ihr macht weiter. Wir sehen uns in Frankfurt oder um 11 Uhr am Samstag am Rathaus oder um 14 Uhr am Reichstag für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen Krieg. Ja, also es ist natürlich eigentlich der gute Krieg. Ich bin ja nun dafür, da zu kontrollieren, zu observieren und zu überwachen. Now the shadow man leaves the video. Mal sehen, ob es morgen mein Laptop, sein Software-Update hingekriegt hat. Ja, Freunde, ich habe euch lieb. Macht das gut. Tut mir leid, dass es heute zu kurz war. Tschüss, Freunde. Bin weg. Der Hobby. Hab euch lieb.